Kunst ist, wenn man einfach nicht, wenn man etwas macht und man muss es machen. Man kann nicht anders, man muss das so machen. Und alle andere Scheiße ist eben Kunstgewerber. Ich bedanke mich bei meinen Feinden, weil sie mir klar gemacht haben, dass Kunst zu polarisieren hat. Wissen Sie, was das ist? Gesellschaft?